hallo liebe foto freunde heute gibt es ein neues video über mein macbook pro mit dem m1 chip was ich mir gekauft habe heute möchte ich darüber sprechen für welche konfiguration ich mich beim kauf entschieden habe es gilt natürlich nicht nur für das macbook pro sondern was ich hier sage gilt natürlich auch für das macbook air beziehungsweise den mac mini mit dem m1 chip weil die chips sind ja zumindest vergleichbar das macbook er hat glaube ich einen grafik kern weniger macht im prinzip aber nicht so viel aus also die grundsätze sind im prinzip für alle drei rechner dieselben und deswegen kann man das auch adaptieren was ich hier über das macbook pro sage auf die anderen beiden rechner eins muss ich auch vorweg schicken ich bin kein it experte ich bin kein fachmann sondern ich bin wie man so schön sagt laie hobby anwender ich verbringe zwar relativ viel zeit vom computer aber so das ganz tiefe hintergrund wissen das habe ich da nicht und deswegen sollte man bei mir auch nicht in diesem video jedes wort auf die goldlage legen ich rede hier über meine eigene meinung über meine erfahrung und ob das ganze jetzt technischen wirklich alles in meinem richtigen hintergrund steht das kann ich hier nicht garantieren und ich habe natürlich auch vor dem kauf ein bisschen recherchiert um mich dafür das richtige produkt zu entscheiden ja grundsätzlich gibt es zwei stellschrauben an denen man drehen kann bei der konfiguration nämlich einmal den arbeitsspeicher da gibt es diese rechner mit 8 gigabyte und mit 16 gigabyte und der zweite punkt den man konfigurieren kann ist der festplatten speicherplatz da hat man die wahl zwischen 256 gigabyte in der standardversion oder 512 gigabyte oder ein terabyte beziehungsweise maximal zwei terabyte ich habe mich ein bisschen vorher wie gesagt erkundigt und habe mich dann entschieden für die variante mit 16 gigabyte arbeitsspeicher und 512 gigabyte festplatten kapazität und das ist so sage ich mal die minimal konfiguration die ich persönlich empfehlen würde warum 16 gigabyte und nicht 8 gigabyte nun ehrlich gesagt 8 gigabyte finde ich in der heutigen zeit auch wenn man berücksichtigt dass dieser rechner sehr sehr effizient mit speicher offensichtlich umgeht da finde ich 8 gigabyte einfach zu wenig und wenn man dann überlegt man möchte diesen rechner wahrscheinlich einige jahre weiterhin verwenden und die anwendungen werden vermutlich noch anspruchsvoller in zukunft thema film 4k wird nicht in nicht allzu langer zukunft wahrscheinlich selbst auf youtube zum neuen standard werden das heißt die dateien werden größer bei den fotos ist dasselbe zu sehen der megapixel waren bei den kameras ist längst nicht gebrochen die sony a7 r4 mit 61 megapixel ich habe jetzt gestern video gesehen das ist schon ein bisschen älter gewesen dass olympus eventuell an einer microsoft kamera mit 40 megapixel arbeitet finde ich wahnsinnig 40 megapixel auf diesen relativ kleinen sensor zumindest für 40 megapixel zu drücken ob ich das wollte als user lasse ich mal dahingestellt ist aber hier auch nicht das thema also wir können davon ausgehen dass die anwendung immer anspruchsvoller werden und deswegen finde ich hier 16 gigabyte wirklich auch schon das maß aller dinge zumal man sich überlegen muss also zumindest bei den besseren computern war die früher so die hatten eine sogenannte dedizierte grafikkarte jeder rechner hat zum einen eine on board grafikkarte bei intel heißen die hießen die glaube ich zuletzt iris oder bärbel oder so keine ahnung und diese on board grafikkarte die hat sich auch die hatte keinen eigenen arbeitsspeicher sondern hat sich praktisch am arbeitsspeicher des systems bedient aber die besseren computer hatten darüber hinaus eben noch eine extra grafikkarte in der regel entweder von amd oder von nvidia und diese externen nicht externen auch eine interne grafikkarte sorry aber diese zusätzlichen grafikkarten so muss es richtig heißen die auch im rechner verbaut waren die hatten eben noch mal eigenen arbeitsspeicher an den kam auch das system sonst nicht dran sondern auch die diesen arbeitsspeicher konnte nur die grafikkarte selber benutzen das heißt wenn die grafikkarte bei arbeitsspeicher braucht hat sich erst mal bei dem eigenen arbeitsspeicher bedient und hat damit natürlich auch nichts von dem arbeitsspeicher weggenommen den der rechner hatte der konnte also sein system arbeitsspeicher für seine berechnung und so weiter benutzen und die grafikkarte bei den wie gesagt bei immer nur bei den besseren rechnern die hat im prinzip ihren eigenen arbeitsspeicher gehabt und das ist jetzt bei diesen m1 chips die im moment auf dem markt sind eben nicht so da haben wir zwar auch sieben beziehungsweise acht grafik kerne je nach modell einen eigenen arbeitsspeicher haben die aber nicht sondern die greifen eben auf den arbeitsspeicher des gesamten systems zu also entweder auf die acht beziehungsweise 16 gigabyte und das heißt natürlich dass uns dieser puffer sag ich jetzt mal denen die dedizierten grafikkarten mitgebracht hatten wie gesagt bei den besseren und teureren rechnern der fehlt uns jetzt in der rechnung einfach und das hat so wie ich das mitbekommen habe durchaus von der geschwindigkeit zum teil vorteile und auch deswegen bin ich der meinung 16 gigabyte ist da definitiv die bessere wahl und ein zweiter punkt was den arbeitsspeicher angeht da kommen wir auch gleich wieder bei der festplatte auch noch dazu ist die langlebigkeit des systems denn grundsätzlich arbeiten schon seit weiß ich nicht wieviel jahren und jetzt oder jahrzehnten gibt es bei rechnern einen sogenannten memory swap das heißt der rechner nutzt erst mal seinen arbeitsspeicher nur sollte es irgendwann mal vorkommen dass der arbeitsspeicher nicht ausreicht weil ich ein sehr großes bild in photoshop mit zig ebenen bearbeiten möchte und gleichzeitig habe ich eventuell noch zwei drei browser fenster offen weil ich vielleicht gerade auch auf youtube mir ein photoshop tutorial anschaue und ich habe vielleicht noch lightroom offen weil ich das bild von lightroom zu photoshop rüber geschoben habe nebenbei habe ich vielleicht noch musik laufen oder 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 dann ist ganz schnell auch mal mein arbeitsspeicher voll und wenn das passiert dann war es schon immer so dann wurden daten aus dem arbeitsspeicher auf die festplatte ausgelagert das heißt dann wurde praktisch die festplatte beziehungsweise ein teil der festplatte als zusätzlicher arbeitsspeicher genutzt und bei den älteren hdds hat man das in der regel insbesondere daran gemerkt dass das system deutlich langsamer geworden ist weil der arbeitsspeicher natürlich deutlich schneller arbeitet als die langsam drehenden festplatten dazu kommt dass die festplatte natürlich auch noch über eine leitung sage ich jetzt mal mit dem motherboard verbunden werden muss das heißt da war natürlich auch nur eine bestimmte kapazität an daten möglich und dadurch wurde das system einfach langsamer so jetzt bei dem neuen m1 chip ist erstmal das besondere dass man nichts mehr tauschen kann man muss sich also beim kauf entscheiden welche konfiguration möchte ich haben und wenden einem die nicht mehr reicht bleibt es einem im prinzip nur noch übrig den rechner wieder zu verkaufen und sich einen anderen zu kaufen man kann den arbeitsspeicher nicht mehr aufrüsten man kann auch keine andere festplatte mehr einbauen und im vergleich zu früheren modellen wo apple auch gerne mal her gekommen ist und akkus fest geklebt hat oder verlötet hat und dinge so gebaut hat dass man da eben möglichst keine sachen selber tauschen kann sondern wenn das für teures geld im apple store machen musste damit die eben ihre original teile für viel geld verkaufen verkaufen konnten würde ich sagen dass es hier einfach bauartbedingt so gelöst eben weil alles dabei das ist das ganze system ist glaube ich ein so genanntes system on the chip das heißt das ganze system ist zu einem chip quasi verschmolzen auf diesem chip sind dann als bestandteile der arbeitsspeicher und die festplatte nur die sind so eng sag ich jetzt mal verschmolzen jetzt nicht im physikalischen sinne sondern mehr so als wortbild dass das wirklich sehr smooth sag ich mal zusammenarbeitet das heißt die übertragungs geschwindigkeiten sind deutlich höher soweit ich das mitbekommen habe als bei den üblichen motherboards das ist der vorteil aber der nachteil ist halt man kann nichts mehr tauschen also man bekommt geschwindigkeit und die ist wirklich so wie ich es bis jetzt festgestellt habe hervorragend und man hat als nachteil man kann nichts mehr tauschen ein vorteil ist natürlich dadurch auch dass dieser memory swap durchaus schneller passiert und das heißt selbst wenn einem der speicher der arbeitsspeicher mal vorläuft und die daten wie früher auch auf die festplatte ausgelagert werden mussten dann hat man heute zum einen natürlich eine sehr sehr schnelle ssd im rechner verbaut und dies durch diese neuartige bautechnik eben von der übertragungsgeschwindigkeit auch so schnell und kommuniziert so schnell mit dem gesamten system dass man an der performance wahrscheinlich diesen memory swap gar nicht großartig merkt es gibt es unterschiedliche berichte ich habe nur dieses ein diesen ein rechner ich habe nicht die möglichkeit mir das ganze auch noch mal mit 8 gb zu kaufen das hätte ich auch keinen sinn drin gesehen ich bin ja nicht die stiftung warentest aber es gibt die einen die sagen ja kannst du auch anspruchsvolle videobearbeitung mit 8 gb machen läuft problemlos andere sagen wenn ich dann schon ein paar browserfenster offen habe und ein paar ebenen im photoshop und habe vielleicht den videoschnitt auch noch offen wie gesagt dann fängt es schon mal an zu ruckeln oder stürzt im schlimmsten fall sogar ab da gibt es unterschiedliche berichte ich weiß es nicht was da stimmt nur es gibt noch einen anderen punkt den ich berücksichtigen würde und zwar bei dem memory swap werden ja daten ausgelagert von dem arbeitsspeicher auf die festplatte dieses system wie gesagt stammt eigentlich ursprünglich von den hdds die damit auch gut umgehen können nur der arbeitsspeicher ist ja eigentlich ein speicher wo wirklich nur kurzzeitig daten gespeichert werden und das heißt wenn jetzt ein memory swap passiert weil ich beispielsweise einfach zu wenig arbeitsspeicher in meinem system drin habe und die diese das system schreibt ständig kleine daten auf die ssd drauf und löscht sie dann wieder und schreibt wieder neue daten drauf und so weiter dann ist das nicht unbedingt der anwendungsfall für den ssds ursprünglich gedacht sind und dann könnte dadurch die lebensdauer der ssd leiden das heißt die geht schneller kaputt ja und da ich sie nicht tauschen kann weil das ganze system ein chip ist ist dann im prinzip mein ganzer rechner kaputt weil die ganze einheit zu tauschen sprich prozessor arbeitsspeicher und ssd das wird dann eine sehr teure reparatur da gehe ich mal von aus und das wird sich dann wahrscheinlich kaum lohnen und wenn dann wird man trotzdem etliche 100 euro los sein also das möchte man möglichst vermeiden oder beziehungsweise so lange wie möglich herausschieben und da macht es dann eben sinn möglichst diesen memory swap zu verhindern und wie kann man das verhindern zum einen indem man eben möglichst nicht wer weiß wie viele programme oder browserfenster gleichzeitig offen hält und zum zweiten indem man einfach genug arbeitsspeicher vorhält deshalb eben in meinem fall ganz klar die 16 gigabyte variante die ich die dementsprechend empfehlen würde ja und ähnlich verhält es sich mit der festplatte jetzt ist es bei mir so dass ich auf die interne festplatte grundsätzlich natürlich erstmal das betriebssystem drauf machen das muster darauf und soweit ich weiß müssen sämtliche programme auch auf der internen festplatte drauf sein aber sämtliche daten die zu den programmen gehören wie fotos und videos dokumente etc die speichere ich nicht intern auf der internen platte sondern die kommen bei mir auf externe festplatten verschiedene vorteile zum einen kann ich so ein bisschen geld sparen und brauche nicht so eine ganz große interne festplatte zum zweiten wenn ich wie jetzt ich habe einen neuen rechner mir gekauft dann ist der umstieg auf den neuen rechner unwahrscheinlich schnell passiert ich nehme einfach meine festplatten vom alten rechner ab und stecke sie in den neuen rechner ein ich importiere dann über die cloud meine ganzen benutzer daten passwörter lesezeichen etc und dann habe ich im prinzip dann muss ich noch die programme installieren die auf dem anderen rechner waren das dauert eine zeit lang aber dann ist das alles fertig also ich brauche nicht noch wer weiß wie lange irgendwelche daten importieren wie bilder und videos diese daten liegen auf externen festplatten und damit habe ich den switch praktisch schnell erledigt außerdem wenn mir den rechner dann irgendwann mal einer cloud na gut wenn er bei mir hier zu hause einbricht dann wird er die festplatten wahrscheinlich gleich mitnehmen selbst dann habe ich allerdings von den daten noch an einem anderen ort eine sicherung nur so hat er erst mal auf dem rechner selber gar keine wichtigen relevanten daten gut sicherheitsrelevant sind die passwörter und so weiter natürlich schon und eventuell der browser verlauf jetzt bin ich nicht verheiratet von da ist vielleicht nicht ganz so brisant dafür vielleicht ein bisschen interessanter als bei verheirateten keine ahnung aber das ganze ist natürlich auch passwort geschützt und ja also wie gesagt so habe ich nicht so einen ganzen großen speicherbedarf bei der internen festplatte trotz alledem halte ich persönlich 512 gigabyte für das mindeste was man sich gönnen sollte also ich würde einen großen bogen um die varianten mit 256 gigabyte machen auch das wieder meine ganz persönliche meinung ich sage euch aber auch warum und zwar auch wieder in erster linie darauf deshalb weil ich möchte dass die festplatte so lange wie möglich hält ich habe euch ja erzählt auf meinem rechner habe ich nur das betriebssystem und programme sind bei mir durchaus einige programme aber mehr nicht und gut ich habe noch einen dokumente ordner da ist aber nicht viel drin also das ist nicht der rede wert und der wird wahrscheinlich demnächst auch noch rüberwandern auf meine aktuelle externe festplatte aber es anderes thema im moment sind bei mir auf dem rechner nicht ganz 200 gigabyte belegt und gut etwas mehr als 300 gigabyte habe ich noch frei das heißt jetzt könnte man sagen dann hätte doch die kleinere festplatte mit 256 gigabyte gereicht dann hätte es jetzt immer noch nicht ganz knapp knappe 60 50 gigabyte jetzt noch frei naja jetzt hat man früher schon immer gesagt man sollte eine festplatte nie komplett voll machen man sollte immer ein bisschen platz da lassen und ich bin der meinung das gilt heute immer noch bei ssd festplatten denn die arbeiten natürlich auch so dass die platte möglichst lange hält das heißt die benutzen nicht immer dieselben blöcke sondern wechseln sich natürlich auch mal ab wenn man jetzt daten speichert und wieder löscht und wieder neu speichert dann werden die nicht immer auf denselben block geschrieben sondern dann nimmt man vielleicht beim nächsten mal den anderen block der noch nicht so oft benutzt wurde ja und da versucht man das so aufzuteilen dass alle blöcke möglichst gleichmäßig benutzt worden sind das geht natürlich nur wenn noch möglichst viele blöcke frei sind wenn ich schon fast alle blöcke belegt habe und dann will ich noch was schreiben muss das system natürlich gucken wo ist denn noch einer frei und dann wird im dümmsten fall eben dieser eine block immer und immer wieder beschrieben weil nicht mehr genug andere blöcke frei sind und deswegen sollte man sich natürlich immer möglichst viel speicherplatz frei lassen dann kann dieses system sehr effizient arbeiten und die belastung wirklich schön gleichmäßig verteilen und dann hält das ganze länger ganz einfach und simpel ausgedrückt wenn ihr ein ein gewicht tragen sollt was 50 kilogramm wiegt und ihr müsst das ganze alleine tragen dann ist das schon eine sehr starke belastung und ihr werdet sehr schnell kaputt sein wenn ihr diesen dieses 50 kilo gewicht aber mit vier leuten tragt dann ist das ganze da muss jeder im prinzip ich glaube zwölfeinhalb kilo tragen und das kriegt man schon mal ganz gut hin und das hält man auch deutlich länger durch und ähnlich kann man das vielleicht vergleichen mit dieser festplatte und deswegen würde ich auf jeden fall dazu raten die 512 gigabyte variante zu nehmen und heute würde ich eventuell sogar überlegen die ein gigabyte variante zu nutzen ich glaube allerdings wenn ich mir das so richtig überlege dass das dass das so schon richtig war wie ich das gemacht habe ja dadurch ändert sich bei mir jetzt übrigens auch so ein bisschen der work flow ich hatte bisher nämlich keine externe ssd sondern bei meinem anderen rechner hatte ich eine interne ssd auch nur die konnte ich im schlimmsten fall hätte ich die wechseln können und da habe ich es eben immer so gemacht wenn ich ein video geschnitten habe dann habe ich die video daten auf die interne ssd geschoben und habe von da aus geschnitten und hier mache ich es bei diesem rechner jetzt anders ich habe mir eine zwei terabyte ssd von sandes geholt die extrem pro v2 und von der schneide ich jetzt und wenn das projekt geschnitten ist dann schiebe ich die dateien auf eine ganz normale hdd und archiviere im prinzip die daten dort weil wenn ich ein video hochgeladen habe nach youtube dann brauche ich wenn ich das noch wirklich noch mal gucken möchte dann gucke ich mir das eben auf youtube an und dann brauche ich das nicht auf seiner teuren ssd liegen haben das ist als archiv lösung ist da eine hdd in meinen augen die bessere variante ich schiebe es aber nicht auf die interne festplatte rüber weil da hätte ich dann wieder zusätzliche schreibvorgänge und nach ein zwei tagen würde ich diese blöcke dann wieder löschen da schone ich dann die interne ssd lieber und nutze lieber eine externe ssd weil die kann ich neu kaufen und den rest vom rechner so lassen wie er ist wie gesagt die interne ssd im rechner kann ich jetzt nur noch mit dem kompletten rest des chips tauschen und das ist mir dann eben doch ein bisschen zu teuer ja das war's von mir zu meiner konfiguration von meinem m1 chip ihr dürft mich gerne berichtigen wenn ich irgendwas hier nicht richtig dargestellt habe und ansonsten dürft ihr auch gerne weitere fragen zum m1 chip posten ich habe da eine kleine offensive sag ich mal gestartet in den letzten wochen also bei mir gibt es einige sachen über die ich berichten werde in zukunft noch also dhl war durchaus öfter zu besuchen letzter zeit und deswegen dürfte gespannt sein auf weitere videos um die nicht zu verpassen abonnieren natürlich wäre gut glocke und so weiter und ganz ganz wichtig das wäre das wichtigste für mich teilt dieses video denn im moment wisst ihr vielleicht gar nicht wer von euren freunden sich auch ein neues macbook kaufen möchte und der oder ein mac mini und der ist für diese information vielleicht genauso dankbar ich wünsche euch wie immer etwas sehr schönes und bin auch schon wieder raus macht es gut euer swann Vielen Dank.